Zahlreiche Fußballfans sind in den letzten Wochen deutsche Stadien, Gaststätten und Hotels geströmt. Ergibt sich daraus ein positiver Impuls für die deutsche Konjunktur- und Aktienmärkte? Auf den ersten Blick scheinen die wirtschaftlichen Effekte, die von einer Fußball-EM oder WM auf die Wirtschaft des Gastgeberlands ausgehen, eindeutig zu sein. Zum einen sind da die Infrastrukturinvestitionen im Vorfeld die Wirtschaft ankurbeln und zum anderen erfreut sich das Gastgeberbe während der Meisterschaften über erhöhte Konsumausgaben. Ist in der Realität aber immer ein positiver Effekt festzustellen? Empirische Studien legen nahe, dass es ja häufig keinen signifikanten Effekt gibt. Woran liegt das? Zum einen müssen nicht immer Infrastrukturinvestitionen im Vorfeld anfallen. Und selbst wenn, ist der Nutzen auch nicht immer gegeben, wenn die Sportstätten im Nachgang ja ungenutzt bleiben. Darüber hinaus treten aber auch sogenannte Verdrängungseffekte auf. Das bedeutet, dass ja zwar Touristen ins Land hineinströmen, die Fußballfans, dafür aber andere Touristen eben ausbleiben. Und auch wenn Fußballfans Trikots oder Tickets erwerben, sparen sie womöglich an einer anderen Stelle. Weil, ja, nicht zwangsläufig die Löhne aufgrund einer Heim-EM oder Heim-WM ansteigen und somit auch die Konsumausgaben ansteigen. Während ein positiver Effekt ausgehend von Fußball-Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften auf die Wirtschaft des Gastgeberlands dann doch eher fraglich erscheint, besteht womöglich noch ein positiver Effekt für die Aktienmärkte. Um diese These zu überprüfen, haben wir die Wertentwicklung der Länderindizes, der Gastgeberländer, mit der allgemeinen Aktienkursentwicklung verglichen. Beispielsweise gemessen anhand des MSCI Worlds. Dabei ergibt sich ein interessantes Muster. Wenn wir uns die Weltmeisterschaften anschauen, dann fällt auf, dass wir eine durchschnittliche Outperformance des Länderindexes des jeweiligen Gastgeberlands beobachten. Während bei Europameisterschaften wir eine durchschnittliche Underperformance des jeweiligen Länderindexes des Gastgeberlandes beobachten. Nun kann man sicherlich argumentieren, dass unmittelbar vor den Meisterschaften positive Effekte schon eingepreist sind. Deswegen haben wir uns auch noch mal die relative Wertentwicklung unmittelbar vor und nach der Bekanntgabe des Gastgeberlandes angeschaut. Und da kommen wir zu dem Ergebnis, dass wir eine durchschnittliche Outperformance der Länderindizes beobachten, sei es bei Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften. Auch wenn die deutsche Wirtschaft im aktuellen Umfeld sicherlich einen Konjunkturbooster gut gebrauchen könnte, dürften von der Heim-EM nur überschaubare positive Effekte ausgehen. Inwieweit weiche Faktoren eine Rolle spielen, beispielsweise eine Verbesserung der Standortattraktivität oder eine Verbesserung der Arbeitsproduktivität ausgehend von einer besseren Stimmung, ist unterm Strich nur schwer messbar. Darüber hinaus sollten unsere empirischen Ergebnisse mit Blick auf die relative Aktienmarktentwicklung mit großer Vorsicht eingeordnet werden. Warum? Erstens handelt es sich um durchschnittliche Wertentwicklung. Das bedeutet, es gab auch in unserer Stichprobe Fälle, wo die Länderindizes eine relativ schlechtere Wertentwicklung aufgewiesen haben. Zweitens ist es schwer, hier einen kausalen Zusammenhang zwischen einer Fußballmeisterschaft und einer relativen Under- oder Outperformance zu identifizieren. Das bedeutet, es gibt auch andere wesentliche Faktoren, die bestimmt waren, sei es die Fiskal- oder auch die Geldpolitik. Und drittens sind viele Unternehmen international aufgestellt, erzielen also auch ihre Gewinne im Ausland. Das wiederum bedeutet, dass der Heimataktienmarkt auch von der wirtschaftlichen Entwicklung im Ausland stark abhängig ist. Übrigens, für alle Sportbegeisterten geht es am 26. Juli mit den Olympischen Spielen dann weiter.